Fangen wir die Folge an mit der Heimat, das dort wo der Beutel ist. Äh, kann man. Bereit dich doch vor, den Prozob Don... Was? Okay. ... zurück zu seiner Mutter zu begleiten. Äh... Ja, du musst es sagen, aber bei mir ist gerade dein Stream abgekackt. Ah, tatsächlich. Tatsächlich. Wir sind ja mal kurz Neulader. Ich habe ALT-GRF-SERV gedrückt. Ähm... Und der Stream wurde dadurch wie auch immer beendet. Aaaaah, Billy, I can fly. Genau, und bleib fallen. Ja... Wo ist der denn jetzt? Da vorne. Oder? Ist das der? Muss wir den da beschützen? Neu. Es wird langsam... Ne. Wo ist es denn? Du warst gerade weg, ja, ich war ganz kurz weg Louis, ganz, ganz kurz Sein Stream ist gerade abgestürzt Ich glaube, das fiel ist schon tot Meinst du? Ja, weil die Gesundheit steht auf null Aber warum ist die Quest nicht abgebrochen? Ich finde den jetzt auch nicht Hä? Abbrechen also neu Ich wollte dir runterfliegen Wie brechen wir es danach? Da haben sie sich aber auch echt einen Dosenort ausgesucht, ganz ehrlich Ich muss noch abbrechen Komme ich jetzt wieder dahin? Ja, jäääääh Buslenker Ja?! Komme ich da jetzt wieder hin? Dieppisch Verlaufen Na, so So Ah, ja, ja Ich hab's geschafft Was, du befindest dich in der Startzone einer Mission Wenn du bleibst, wirst du beitreten Hast du jetzt auch abgebrochen? Noch nicht Hm Jetzt Nächst mal Ja, musst du Komm nicht hoch, scheiße Gut, danke Bitte So Musst du ihn wieder zu meinen Hinter dir Ja, das ist nicht Ist die Mission verbuggt oder was ist? Es scheint verbuggt zu sein, definitiv Wow Heute ist irgendwie nicht unser Tag, oder? Irgendwie, ja Arg will heute nicht so viel sein sollte Ich werd den, ich werd den Server mal neu starten Bis gleich So, hoffen wir mal, dass es jetzt klappt Wenn nicht, dann Hab ich auch keine Ahnung Null Oder wir müssen uns erst finden Wie halt Das Junge eines Prozopton Hat sich verirrt, beschützt Das Was zum Geil ist ein Prozopton Google Prozop Prozop Ton Arc Prozoptoton Ach, das ist so ein Hä? Greif nur Äh Das sind diese Kängurus Sind das nicht die Karikuh? Keine Ahnung Sehen so jenig aus Es scheint verwirrt zu sein Nee, Prozopt Kängurus Es ist hier nirgendswo Ja, wie sie sehen, ist das Spiel dezent verbuggt Hier ist ein Känguru Ja, aber ist er das auch? Wahrscheinlich nicht Warum ist das hier oben? Aber es ist ein kleines Känguru Scheint so ein junges zu sein Ich wüsste, wo du bist Es scheint verwirrt zu sein Es wird langsamer Wo, wo hast du es denn? Aber dann würde es doch weiterlaufen Scheint sich zu sein Kann es auch notfalls selber anknabbern Der Dino ist sich nicht sicher, wo er hingehen soll Vielleicht sollten wir ihn helfen Es wird langsamer Als hätte es sich verlaufen oder so Soll ich denn jetzt machen? Können wir die Küsse nicht machen Die scheinen verwirrt zu sein Können wir definitiv nicht machen Das ist das Es scheint verwirrt zu sein Es wird langsamer Bist du das? Nein, du bist tot Eigentlich müsste es ja da standen, wo wir Mit Stahlsäten, genau Wie mit den Fröschen Ja Das ist hier oben Und dann Hier rauf Dann brechen wir es ab Oder war das hier oben drauf? Ja, ne Dafür können wir ja nichts Gut, dann war das die Mission Heimat Das dort, wo der Beutel ist Wie sie sehen, sehen sie nichts Danke dafür, Ark Ist ein wunderschönes Spiel Ohne Bugs Ohne Fehler Nein Oh mein Gott Ich will aber nicht, dass deswegen mein Rex stirbt Hm Das ist kacke Es scheint verwirrt zu sein Also ich gucke mich schon noch ein bisschen um Aber Normalerweise kriegt man Kriegt ja auch eine Wegmarke Wenn man zu weit weg ist Oder so Ja, es scheint wirklich Dass es komplett verrückt ist Äh Ich könnte mal kurz Warte Heimat Ist dort Wo der Beutel Ist Kein Prozob To To Don Ah Ah Genesis Mission Zuhause ist Da, wo die Tasche ist Heißt sie Okay Männlich Kangos haben Keinen Beutel Cool Schön viel Info Äh Aginesis Prozob To Mission Home is where the Poch is Home is where The Poch Is No Perseptodon Perseptodon Not Spawning Ah Guck mal Da hat jemand Das auch mal Geschrieben Prozobtodo Not Spawning Spawning Also abbrechen Guck mal kurz Oh Wie Duh 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 Was Duh Anlags Mission Scheiß Eisbär Geh weg Sei Bier Äh Anlags Mission I hope Das Ist Real Klein Aber Is A Can difficult haben wirklich noch kein giga auf diesem server ich habe gefragt warum wir noch kein haben und nicht haben wir einen ja gut dann sorry für die mission ich habe jetzt ein bisschen gegrüht aber scheint verwirrt zu ja nicht 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 dass der dinosaur wird sondern wir ich weiß nicht mal wo die mission gestartet ist da ich bin schon wieder in einer ganz anderen ecke da wir nämlich nebenbei die störungen nein hier ist es scheint verwirrt zu sagen es wird langsamer und falls ihr noch nie fliegende tricks gesehen habt jetzt hat alles gesehen es ist naja wie dem aus sei aber frei wir sehen uns im nächsten folge wieder langsamer als hätte sie verlaufen oder so jetzt stehe ich die kurzen folgen planen ja ja ich habe dich jetzt am ende nicht verstanden ich habe gesagt tschüss muss schon ein bisschen dort laut und dort reden mit in 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 Untertitelung des ZDF, 2020